Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition und wir machen gleich weiter denn es ist schon eine Weile ins Land verstrichen und leider auch ist unser aktueller Spielstand verstrichen, was mich ein wenig traurig macht, aber wir spielen die Alpha, ich erinnere immer wieder dran, deswegen kann das immer wieder mal passieren, die Entwickler fügen neue Inhalte hinzu und müssen deswegen irgendwas mit der Datenbank machen, deswegen müssen sie irgendwas resetten. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall bedeutet das für uns, dass wir zwar immer wieder mal von vorne anfangen müssen, aber auch neue Charaktere ausprobieren können und das werden wir jetzt tun und zwar starten wir mit A New Game. So und ja, wir haben jetzt ja einige Charaktere auch schon freigeschaltet und ich hätte große Lust jetzt mal den Richard Francis Burton zu nehmen, den Heroic Adventure with Excellent Knowledge of Languages and Cultures. Er ist außerdem ein Cartographer, increases the Gain Compass Accuracy when uncovering fields. Das ist natürlich sehr cool, also wenn wir eine weitere Fläche aufdecken, dann wird die Genauigkeit des Kompasses erhöht und das kann uns helfen, weil dann wissen wir besser, wo wir hinlaufen müssen. Und deswegen würde ich mal sagen, lieber Richard Francis Burton, mit deinem Kölschen Bart, wir werden dich nehmen und los geht's. Was haben wir denn alles zur Auswahl auf unserer Weltkugel? Das sieht mir nach Asien aus. Jawohl, eine Wahl haben wir. Wunderbar, das klingt unspektakulär und ich hoffe auch, dass es diesmal ein bisschen leichter ist, weil beim letzten Mal war es wirklich knapp, eine spannende Geschichte. Dieses Mal haben wir aus der oberen Reihe einen Charakter genommen und da vermute ich jetzt mal, dass die ein bisschen leichter sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Expedition. Ja, das haben wir auch schon das letzte Mal gemacht und das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, deswegen würde ich sagen, machen wir das diesmal auch wieder. Da bekommen wir nämlich Reputation und das ist eine gute Sache. Und bevor wir auf Set Sail drücken, da stand doch hier gerade ein Mann. Ah ja, das war wahrscheinlich dieser unbekannte Mann, der uns den Brief übergeben hat. Ansonsten haben wir noch Mrs. Clifton. Miss Clifton. Hallo, Miss Clifton. Nett, sie kennenzulernen. A donkey can carry three additional crates. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann haben wir hier Richard Francis Burton. Das ist unser Hauptcharakter, der auch eine überaus tolle Genauigkeit des Kompasses aufweisen kann und die Kapazität von zwei hat. Und Anupam Sorabi, ein persischer Übersetzer des Levels 1. This scholar will improve your communication with indigenous tribes, especially when visiting native villages increases sanity gain when resting in villages. Sehr gut. Kannst du nur eins tragen. Dafür hat er eine flinke Zunge und die brauchen wir natürlich, wenn wir mit fremden Eingeborenen sprechen. Und dann würde ich sagen, Set Sail. So, die Wolken ziehen sich zur Seite und da sind wir auch schon, unser kleiner Trupp. Jetzt sind wir zu viert. Wen haben wir denn da noch? Captain Abraham Robert. Maybe we should head Torbots to the village for the delivery of the letter first. Conveniently, the man had marked the location of the village on our map. Das ist natürlich eine coole Sache. Der hat gleich mal auf unserer Karte die richtige Stelle eingezeichnet und die befindet sich dort drüben. Und natürlich gehen wir da auch hin. Und bevor wir das machen, schauen wir uns mal hier unseren Captain Abraham Robert an. Der scheint hier unter Alkoholismus zu leiden. Das ist natürlich, was im 18. oder 19. Jahrhundert immer wieder mal passierte. Aber, nun ja, damit müssen wir nun umgehen können. Vielleicht kommen wir ja wohin, wo wir das kurieren können. Schauen wir mal. Was machen wir denn hier noch? Wir haben den Brief. Wir haben 10 Ammunition. Wir haben 3 Seile. 3 Fackeln. Fackeln sind super. Gut, dass wir Fackeln haben. Das letzte Mal hatten wir nämlich gar keine Fackeln. Und 2 Flaschen Whisky, obwohl wir keinen Schotten haben. Der Whisky ist ganz schön nützlich. Gut, dann wollen wir doch mal ins Native Village gehen. Enter the Village, natürlich. So, wunderschönes kleines Dorf. Today we... Oh, viele verschiedene Möglichkeiten. Today we reached a village of a scout tribe. The Villagers observed us with caution. They were polite and offered to help our cause. Wunderbar. Und bevor wir das überhaupt irgendwas anderes machen, deliveren wir natürlich mal ganz krass den Letter am Start. So. We were taken to the village elder. The elderly woman was a compulsive talker and taught us about the best sights to see in the region. Elderly woman. Ich glaube, das letzte Mal war es ein elderly man, oder? Sehr schön. Including a holy shrine, which she marked on the map. We felt comfortable in the midst of the overjoyed villagers. So, hier oben haben wir unsere Standing 12 von 20. Ist das gerade eben gestiegen, oder? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Vermutlich ja. So. Über Nacht müssen wir noch nicht stayen, aber wir könnten jemanden rekruten, und wenn man Glück kam, kriegen wir sogar noch einen Wasserbüffel oder einen Kamel oder sowas. Okay. Dann rekruten wir mal. We talked to the villagers to see if anyone was inclined to join our track. We found a native who was willing to join our track. Wow, das ist das erste Mal, dass es passiert ist, dass tatsächlich ein Eingeborener uns helfen will. Und natürlich rekrutieren wir den, ganz klar. A native scout joined our track. While they remained very polite, we could tell that the villagers had become somewhat tired of our prolonged stay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, viel zum Handeln haben wir nicht. Schlafen müssen wir auch nicht. Wir haben einen Helfer, Ledo Vimi. Hallo, native scout Level 1. None is better in scouting unknown regions. Improve sight distance. Das ist natürlich cool. Er hat eine schwäche, roter Mann, mit gestrichelten Hintergrund. Dann werden wir gleich mal überprüfen, was das bedeutet. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal dieses Dorf lieben. So. We packed up the track and headed out as a new adventures awaited us. Continue. Standing plus 1. Da haben wir es. Haben wir aber, glaube ich, irgendwas auch verpasst. Okay. Hier haben wir den Shrine. Der wurde markiert auf der Karte durch die elderly woman. Gut. Und hier haben wir unseren Eingeborener. Und was ist mit dem los? Der hat ein Problem. Und zwar. Ah. Claustrophobic. Fierce being enclosed or small places. So eine Höhle wird wahrscheinlich nicht ganz so gut für ihn sein. Mal schauen, ob wir irgendwo eine finden. Wir suchen es mal vielleicht auch nicht unbedingt direkt danach. Aber, nun ja. Gut. Was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass schlenkert fröhlich hin und her. Und sagt uns nicht nach Nordosten. Das heißt, ich werde mal versuchen, hier lang zu gehen und dann so rüber. Und da machen wir mal so eine kleine Schleife hier hoch. Und die Region hier im Nordosten vermeiden wir etwas. Zumal wir hier auch gleich mal ein Tier haben. Und es ist ein neues Tier hinzugekommen. Ich werde mal noch nicht verraten, welches es ist. Vielleicht entdecken wir es diesmal. Wäre ja schön. War cool. So. Dann laufen wir mal hier weiter zum Fragezeichen. Was haben wir da denn gefunden? Einen Schrein. Ja, da gehen wir natürlich mal rein. Auch wenn wir diesmal versuchen wollen, nicht unbedingt alles mitzunehmen, was wir da finden. We approached what appeared to be a decrepit shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone portal, which led in sight. It was a truly mystical place. In the center of the room, an altar was flooded by light. Wir untersuchen einen Altar. Und haben eine goldene Vase gefunden. Das closen wir aber, weil das machen wir nicht. Wir sind nicht solche Leute, die einfach mystische Gegenstände aus Tempeln klauen. Auch wenn sie eine Million Euro wert sind. We decided that we should leave the shrine untouched. And tarried our departure. Wunderbar, wir sind rausgekommen. Ohne auch nur einen Punkt an Standing verloren zu haben. Das war mein Ziel. Weil ich hoffe, noch mehr Dörfer besuchen zu können. Auch wenn wir jetzt noch ein ganz gutes Standing haben. Man muss sich ja nicht mal drauf ankommen lassen. So, dann gehen wir mal hier lang. Durch leichten Dschungel. Haben nichts Neues entdeckt. Wir könnten natürlich jetzt hoch zu diesem Schrein gehen. Ich würde aber gerne doch... Ja, lasst uns mal hier hingehen. Vielleicht finden wir hier unten etwas. Wir haben ja ganz gut noch an Sanity und Ansehen. Das heißt, notfalls können wir immer noch irgendwelche Dinge tun. Aber bis dahin versuche ich mal ein bisschen was zu erforschen. Hier wäre was gewesen. Ein altes Camp. Das ist ganz cool. Da gehen wir hin. Weil da könnten wir eventuell Dinge finden, mit denen wir dann handeln können. Explore the Camp. Nun gut, dann suchen wir mal die Gegend ab. Und es hat drei Tage gedauert. Dankeschön. Drei Tage haben wir gebraucht, um das abzusuchen. Das dauert immer so ein bisschen lang. To our surprise, one of the rotten crates still held some valuable equipment. Und zwar haben wir sechs Ammunition gefunden. Ammunition ist gar nicht so wertlos. Deswegen, ganz cool. Nehmen wir mit. Und ja, wir haben hier dann auch eine schläfrige Hyäne gefunden. Von dem her würde ich sagen, lassen wir uns doch mal hier lang doch dann gehen. Und versuchen der Hyäne ein wenig aus dem Weg zu gehen. Ein neues Geräusch, muss ich mal sagen. Haben wir was gefunden? Nein. Wir haben auch noch keinen Schmetterling oder sowas gefunden. Und so langsam geht unsere Sanity auch runter. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt doch mal hier hoch. Das sieht nur aus wie eine Höhle. Nein, das ist ein... Okay. Ein Brunnen. Und hier haben wir einen weiteren Shrine gefunden. Was ist eigentlich... Ach, schaut mal. Wir sterben schon. Wow. Okay, was ist passiert? Wir haben einen Robber's Luminous and Dragonfly gefunden. Wunderbar. Und wir examinen mal den Shrine. We approached what appeared to be a decrepit Shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone portal. Ja, wunderbar. Wir gehen mal rein. It was a truly mystical place in the center of the womb. An Altar was flutterbar. Ja, das wissen wir ja schon. Oh, was haben wir denn hier? Eine golden owl hat. The golden owl hat of an owl. The huge eyes seem to be made of chryso-collar turquoise. Was sind chryso-collar turquoise? Ich habe keine Ahnung. Gives 30 fame after reaching expedition goal or when delivered to a mission. Hm. Habt's nicht gesehen, okay. Habt ihr... Ihr habt's nicht gesehen, oder? Okay. We took the artifact from the... Dass der Spieler noch immer verraten muss. We barely made it out as the shrine collapsed. Na gut, das wird wohl irgendjemand bemerkt haben. Standing minus 4, das war nicht so gut. Und wir müssen dringend weiter, denn... Na, wir müssen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Whisky trinken. Ich drücke auch immer den falschen Knopf. So, weil sonst machen wir es nicht mehr lange. Ich würde sagen, wir laufen mal hier hoch. In der Hoffnung, dass wir auch bald den... Oh. Jetzt hätte ich einfach mal auf den Kompass gucken müssen. Dann hätte ich vermutlich herausgefunden, dass hier unten irgendwo unser... unsere goldene Pyramide ist. Tja, so ist das, wenn man zu hastig spielt und klickt. Dafür haben wir noch einen wunderschönen Schmetterling gefunden. Das ist natürlich ein Traum. Dann werden wir uns sicherlich total freuen, wenn wir dann sterbend mitten im Dschungel liegen und sich die Fliegen um uns her machen, dass wir wenigstens noch zwei Schmetterlinge gefunden haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Flasche Whisky. Die sollten wir trinken. Und ja, sieht so aus, als würden wir sowieso sterben. So wie das aussieht. Und deswegen laufen wir mal da hin und vermutlich wird irgendjemand sterben. Oh nein, wir haben den einen abhängig gemacht. So. Und jetzt, everyone was exhausted and tired. As the night fell, Lado Wimi and Captain Abraham Robert approached me with a suggestion. If we butcher one of our animals, we would be able to feed the group and instill new hope. Ist das eine gute Idee? Wir würden vermutlich ein wenig überleben. Das haben wir noch nie gemacht. Und diesen Vorschlag hatten wir auch noch nie. Ich würde mal sagen, wir probieren das einfach mal aus und dann wissen wir ja, ob das eine clevere Geschichte ist oder nicht. So. Genau. Mehr können wir sowieso nicht tragen. Von dem her ist alles gut. Und we had no choice. We budgered Miss Clifton. Rest in peace, Miss Clifton. And cooked. Ja, das ist sie. And cooked his meat over his her meat. Hm. Da haben wir noch was zu tun für unsere Programmierer. Over the campfire. I would miss him. But at least our filled stomachs brightened up the mood a bit. Auf jeden Fall. Fühlen wir uns besser. 30 haben wir bekommen. Das ist natürlich toll. Da können wir uns ein bisschen fortbewegen. Und ja. Unser Kompass zeigt schon in eine gute Richtung. Hoffentlich ist nicht... Das wollte ich mit dem Finger auf den Monitor zeigen. Aber das seht ihr ja nicht. Hoffentlich ist das Ganze nicht hier. Sonst haben wir nämlich ernsthaft ein Problem. Wir bewegen uns mal hier lang. Oh. Mein Gott, haben wir Glück. Da ist die goldene Pyramide. Und wie viel haben wir noch? Sechs. Trotzdem wird irgendjemand sterben, so wie es aussieht. Ja. Das werden wir wohl machen müssen. Aber es ist nichts passiert. Das ist gut. Aber wir schauen mal da oben. Was ist denn hier los? Fünf. Dark Clouds. Increased Space Sanity costs 10 for traveling. Okay. Schlechte Laune. Kann ich gut verstehen, dass es dann mehr Energie braucht, wenn man durch den Dschungel will. Dann haben wir hier Claustrophobic. Und ja. Leider ist es, unser Anupam Sorabii, unser persischer Übersetzer, Alkoholiker geworden, als wir ihm etwas von dem Whisky gegeben haben. So ist das nun mal. Aber wir haben unsere, relativ unspektakulär diesmal, wir haben, upsala, wir haben unsere goldene Pyramide empfunden und deswegen explorieren wir sie natürlich. A majestic golden pyramid rose above the jungle. I found the goal of my journey. Wir könnten lieben. Das ist natürlich schön, dass man die Wahl hat, aber ich glaube, wir wollen unbedingt die Pyramide entern. You are overburdened steht hier. Okay. Vermutlich, weil gerade jemand gestorben ist. I found after weeks of traveling, euphoria overcame me. I knew that my name would be forever remembered. I talked with Ledo Vimi about coming back to civilization. But she felt like she could never leave these lands. Das war eine Frau. Okay. Disappointed, I had to accept her decision. So. Ich bin overburdened. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet. Wir suchen uns auf jeden Fall erstmal den Perk aus. Climber. Good reputation. Und Anthropology. Allow us to create anthropological studies of indigenous cultures. for additional fame. Das finde ich ja mal geil. Das ist doch mal schön. Das machen wir auch so. Und drücken jetzt auf Deal. Passiert da irgendwas? Good luck to your future exhibitions. Haben wir jetzt den Perk nicht bekommen, weil wir overburdened waren? Da hätte man mich ruhig vorwarnen können. Gut. Wir haben ja zumindest haben wir diesmal einigermaßen new fame bekommen. Das ist ganz cool. Wir schauen uns nochmal den Report an. Ah ja, damit wechseln wir auf eine andere Seite. Ups, wo bin ich jetzt? Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt nichts anderes gesehen. Ansonsten ist es mal kurz schwarz geworden bei euch. Success. Wunderbar. Z-Report. Z-Map. Alles klar. Hier sind wir so ein bisschen rumgelaufen. und es hat 13 Minuten gedauert. Das war jetzt aber eine recht schnelle Folge. Etwas unspektakulär. Und wir haben ein paar neue Sachen gemacht, die wir vorher noch nie gemacht haben. Nämlich, ja, wir haben ein bisschen Satire geschlachtet. Das ist natürlich eigentlich keine nette Geschichte, aber in der Not frisst der Mensch auch Tiere. Naja, auch sonst auch so. Besonders dann, wenn die Not überhaupt nicht groß ist, ist er besonders gerne Tiere. So, dann würde ich jetzt sagen, Finish Expedition. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch den Kanal abonnieren. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn ein neues Video kommt. Nämlich genau nach dem hier kommt noch ein Video. Das könnt ihr euch dann anschauen. Darum, abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.